Er hat so lange gedauert, bis er den Satz erinnert ist. Ne, ich hab gerade gesagt, er hat mir instant in den Arm backgeschossen. Wir sollten auf ihn warten oder nicht? You have been terminated. Ja, und die ganze scheiße Map weiß, wo wir sind. Ist geil, ne? Ne, war doof, ne? Wofür lauf ich mit Zeitlands hoch? Komm rein. Junge, die OMP, die musst du unbedingt mal probieren schon. Die ist einfach godlike. Ja, Mann. Der hat zwar so einen kleinen Kick beim Schießen, aber... Ich muss auch gleich nochmal zum Krankenwagen hoch bei der Beine. Okay. Ja, da kommen wir ja hoffentlich jetzt hin. Ja, ich klebe mir nur mal fix meinen Arm dran, ne? Den mir der Drecksack hier weggeschossen hat. Ja. Scheiß Freizei. Ja, ich find wir sind geil hier. Mhm. Ja, bin ich auch voll dabei und dafür. Ich komm straight hoch. Ja, wir sind drinnen in der Hütte. Ja. Gut, ich hab dreimal ein Greenbed gefunden. Ähhh. Wo? Schuss noch nicht. Von wo? Durch Fenster. Keine Ahnung. Laser. Minus. ich bin draußen ich bin draußen ich bin draußen ich komme jetzt rein ich bin im schließfach jetzt bitte sagt mir ok keiner mehr hier ok ich habe gesagt wir haben beide moni ist gesavet alles cool entclip die mags oder so oder du bringst es mit ich mache ein scare-rounder soll ich die excel droppen eigentlich mitnehmen wenn er wolle die excel kannst du anziehen wenn er ist ne 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 die trage ich ungern dann dropp die ruhig danke jetzt geht es halt schade jetzt oh das war so geiles gier was ist hier drin hier passiert ja hätte vermieden werden können ja das ist richtig wären wir zusammengeblieben ne ja sorry ich musste mich flicken nein 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 es ging nicht anders ich habe das gar nicht gerichtet das war anraining was komm mal hab die aber auch auseinander gehören blick mir am arsch ja soll ich die mags jetzt in klippen verstecken oder ja die mags sind versichert ne die mags sind nicht versichert die mags sind nicht versichert gut alles klar das heißt du nimmst die mags dann auch mit für ihn oder ihr nehmt einfach die waffe und die munition mit fertig den rest könnt ihr ja liegen lassen ja also ganz ehrlich die waffe ist versichert richtig ja natürlich ja ich bring dir ne vernünftige OPS KMS mit das war so eine schöne zertisch halt irgendwie alles man hat aber auch gemerkt mit dem Ding habe ich gerne geschossen komm wieder rein guck mal den hier mal an mit einer VPO 209 hat der geschossen der Dude ok schon wurde von dir getötet 366 AP gespielt 366 AP gespielt da muss man verstecken hier Riese drück mir mal was von dem zu essen und zu trinken in den Kopf ne ja 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 jetzt wird es nämlich langsam ein bisschen kritisch hier er hat wie gesagt VPO 209 gespielt ne ne schöne gemordete ja aber guck dir mal die munition an da muss er ja weinen wieso 3 ja der erste der erste der hatte der hatte echo munition geladen der Trottel der ersten Meck ist echo im zweiten in der weste ist AP hm äh willst du den Helm haben ne 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 nimm ruhig ich hab nämlich so wenig hat der andere noch was oder hast du den schon komplett leer genuckelt glaub ich hab den schon leer ja 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 das ist noch ne geile Runde Alter Scarefrunden sind die geilsten die Schmerz euch Scarefrunden sind OP is fuck Factorybanks dritt da ne einer battelt sich mit uns wir gucken uns alle an die AUK in den so friendly dancer mäßig drei Leute kämpfen gegen einen in den engen Gang hm 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 ach geil aber ich glaub ich beende meinen Stream was ich beende meinen Stream ganz geil also wenn die wenn die gut gemoddet ist ne dann bin ich Sarasaki wieso weil die absolut scheiße ist also die ist ich nehm die gerne so wie sie ist ja da dachte ich mir kann ich das Tecktape haben oder das ist Tecktape Kecktape das ist blaue Tape Kecktape nicht Isoband ich seh was für ein ach Keck K E K ok alles klar ja 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 das kannst du ruhig nehmen das kannst du ruhig nehmen pass auf ich ich leg dem auch die Waffe ich leg dem auch die Waffe ich leg dem auch die Waffe wieder auf den Slot die kannst du ruhig nehmen hab ich ja und dein Werkzeug ne 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 kannst du auch nehmen kannst du auch nehmen ne ne ich hab's nur mal kurz angeloadet nix nein ok dann lass es wegen XP wenn man eben auf kann hmm opatschke so müssen wir trotzdem noch hoch zum äh fucking resort ne ja da hab ich ja die größte Sorge jetzt vor aber weil die unten geschossen wurde ist machbar ist machbar machbar ist das definitiv wir haben nix wir haben nix mehr um die um die Blutung zu stillen äh nicht Blutung zu stillen ja aber ja ja aber ich blute zwar nicht aber es wär trotzdem geil gewesen wenn ich jetzt was hätte aber ist nicht schlimm warte ich ähm hast du zwei Stück? ich schau mal gleich Moment äh ich hab für ein Heavy Bleeding hab ich noch was und äh ein S-March komm her hier tu hier in den Rucksack bei dem Arsch in den Rucksack? ja bitte S-March Töneki bitteschön viel Spaß hervorragend danke ich weiß gar nicht warum ich überhaupt noch loote ich glaub ich für Steps draußen wo wir hergekommen sind ich höre nichts und ich seh auch nichts so wäre da BB schon BB grad den Stream noch beendet oder was? naja ok und was ist mit Sean hier? wie gesagt äh ich bring ihm ne OPS KS mit ne vernünftige ne ich mein allgemein sein Gear ist alles versichert Sean ne? ja ok die Max hab ich von ihm liegen tief in der Pillbox vergraben ja gut den Helm kann ich einfach nur wegschmeißen so alles klar ok ok Kampfgewicht 36 Kilo 44,4 ja das der eine Typ hieß Trottel oh der einen hat Sean erwischt nein mit der SKS x x x x x ok hieß der Typ was ich hab nen Typ erwischt? ja bei der Tanke ich hab keine Ahnung darf doch keinen kann sein zeig mir das Doctack ich glaub ich weiß wo der liegt 1.11 Uhr ja ja das muss unten am Pier gewesen sein 1.11 Uhr so 19 Minuten von vor 19 Minuten ja 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 so ready jup alles klar ich drück mir Pennies ins Gesicht hier rechts außen liegt nämlich auch noch ne Leiche ich glaub das war ein Skeff ne ne das war ein Player hier ist nicht wahr ne ne ist ein Skeff skeff alles klar oben wird geschossen jo ajo oh zb 14 key glaub ich lass auch gleich meinen Rucksack hier ne und den gleichen Weg nochmal zurücklaufen? auf gar keinen Fall so jalla jalla oh hier liegt ein Spieler aber so wenn wir beschossen werden weichen wir hier nach rechts aus ne Hügel runter ja dafür hab ich aber die Ausdauer nicht fuck das wollte ich nicht ich hab keine Summoner mehr sorry alles klar? ja 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 und weg hier rein oder weg? weg 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 und zwar Richtung Tunnel vor Ort 5 Sekunden für mich noch 5 Sekunden für mich noch ja ich muss regenerieren ich hab nämlich sonst äh Stumm äh Energy Train und zwar wie hulle ich habe 120 sekunden energy drain einen markierer habe ich noch ich weiß ich würde sagen wir gucken uns jetzt noch cottages an hoffen dass sanita nicht da ist schmeiße ich meinen marker fix raus und dann machen wir dass wir weg kommen ich bin dran brauchst du essen? negativ essen habe ich genug ja ich auch mangelst wenn denn überhaupt an trinken und dafür habe ich genug gegen Heilung alter nimm die spritze aus dem arm jungen ich habe schon gezittert ich habe es gebraucht das sieht so malerisch aus wenn du hier so lang gehst und einfach nur ein bisschen ich hoffe die painkiller sind gleich vorbei absolut ätzend da unten bewegung da unten wo ich ihn ziele ja auf dem ding direkt an der hütte machen platt minus ich bin für so eine reichwärte nicht gemacht hier ich muss nah ran ich glaube deswegen habe ich dir auch platt gemacht ich muss hinten rauf also zu dem baum rechts ran ich muss gar nicht zur cottage direkt rein muss nur hinten ran muss nur hinten ran ja guck trotzdem wenn der Schlüssel da ist nope so und jetzt komme ich nach vorne da wo die links ist genau hier hin so und jetzt komme ich nach vorne ich habe auch diese quest aber der aktualisiert nicht ne pass auf hier hinten sind die leichen die leichen sind da drüben unter dem baum du verstehst gut jetzt hat er das aktualisiert willst du mich jetzt verarschen oder was ah ne ich habe alle ich habe alle ok es hat einfach nur nicht blüpp gemacht ich bin jetzt in der garage gleich jo regenerier da mal ein bisschen stamina ich komme direkt mal zu dir ja das ist äh äußerst linksgewürzig von ihnen ich habe hier noch ein set of tools ich muss noch jammer platzieren ja die jammer ja das ist jetzt natürlich ein bisschen panzer hätte ich auch noch markieren müssen aber so viel so viel platz habe ich nicht für die markierer so let's go ja so viel wie man auf einmal markieren müsste ne na ehrlich wo wir jetzt diesen dreißig Ja ich will eben halt Endurance und Stärke so schnell wie möglich leveln. Stopp, 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 stopp. Bewegung links, äh rechts meine ich. Ja denk ich. Ja ok, dann weiter. Weiß man nicht ob das Geff ist, weil viele Leute kommen auch hier hin um sich die Sachen zu. Kannst du denken? Scheiße ja, so ein bisschen. Wobei ne denken ist nicht ganz so meine Stärke. Denken sollte man ja auch die Pferden überlassen, die haben größeren Kopf. Richtig. Ne, hier auf den Hügel geh ich nicht. Gar keinen Fall. Pass auf das ist die Sniper Position. Ja ja. Wobei auch nen Rock. Ich weiß, ich weiß. Kann nichts, kann nichts erkennen bis jetzt. Ok. Bist du drüben noch Scherz? Guck grad Richtung Berg, sorry. So. Äh. Ne, ich seh nichts mehr. Scherz. 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 so, выход обнаружен, pora съ-e-e-b'e-e